Sie haben diese Entscheidung lange hinausgezögert, in der Hoffnung, dass Damaskus doch noch einlenkt und einem Friedensplan zustimmt. Dann stehen die Sanktionen gegen die syrische Regierung fest. Auf einer Pressekonferenz am Rande des Treffens spricht der türkische Vizepremier aus, was wohl viele hier denken. Die syrische Regierung hat eine wichtige Chance verpasst und den möglicherweise letzten Vermittlungsversuch. Die arabischen Staaten legen alle Beziehungen zu Syrien auf Eis, wollen keine Regierungsmitglieder mehr einreisen und keine syrischen Flugzeuge mehr landen lassen. Investitionen werden abgezogen. Die Sanktionen sollen nicht die syrische Bevölkerung treffen, betonen die Minister. Doch viele Syrer sind vom Staat abhängig, nicht zuletzt als wichtigem Arbeitgeber. Und in fast allen syrischen Städten das gleiche Bild. Gas zum Kochen und Heizöl sind kaum noch zu bekommen. Das sollen diese Videos der Aktivisten zeigen. Auch die Preise für Lebensmittel sind enorm gestiegen. Die Gegner der Regierung sagen, das ist so gewollt, um den Widerstand im eigenen Land zu brechen. Ihre Wut entlädt sich auf den Demonstrationen. Am Samstag sollen mindestens 24 Menschen in den Kämpfen mit der Regierung gestorben sein. Dass die Arabische Liga mit ihren Sanktionen die Gewalt bremsen kann, scheint eher unwahrscheinlich. Die Arabische Liga hat harte Sanktionen gegen das syrische Regime verhängt. Die Außenminister der Liga beschlossen, die Handelsbeziehungen mit Damaskus auf Eis zu legen und Konten der Regierung einzufrieren. Zudem würden Flugverbindungen zwischen den arabischen Ländern und Syrien ausgesetzt, Verantwortliche mit einem Reiseverbot belegt. Das Regime geht unterdessen weiter mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten vor. Die Arabische Liga hat in Kairo Strafmaßnahmen gegen Syrien verhängt. Wegen der Gewalt, mit der das Assad-Regime gegen friedliche Demonstranten vorgeht. Die Außenminister einigten sich unter anderem darauf, Handelsbeziehungen auszusetzen und Konten einzufrieren. Außerdem dürfen verantwortliche syrische Regierungsmitglieder nicht mehr über arabische Flughäfen reisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017